Aber weißt du, so ein schöner, kleiner Elektroschocker, damit kann man sich schon Respekt verschaffen. Eva Baal lässt grüßen. Eva Baal? Ja, das war eine ehemalige Kollegin. Vor der hatten die Frauen Respekt. Sogar die Walter hat gekuscht. Und die Schmidt war zahm wie ein Lämmchen. Ja und? Ja und? Naja, mach dir mal keine Sorgen. Du wirst ja nicht mehr ein Geschließer sein.